Musik Servus Leute hier ist wieder Boom Power und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt GTA 5, so wie der Titel auch heißt, so ist auch das Motto, ewig ist es raus und jetzt komme ich. Ja, das ist jetzt alles am Anfang noch relativ leicht. Ah ja, okay, das ist ja noch ein uralter Handy und ich habe ihn bomb, ich drücke auf den Knopf. Alles klar. Slow, nö, 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 Leute. Hallo. Da kann ich mal rein und, oh, hallo. Guck mal an. Ja, das glaube ich auch. Seher, dass wir schon das ganze Geld haben? Na gut, dann haben wir halt das ganze Geld. Äh, Moment, was? Halten Sie Link alt gedrückt. Guck mal, Alter, ich bin verdammt. Alt. Ah ja. Hallo. Und tschüss. Sie müssen das nicht tun, lass uns gehen. Es wird Zeit, um später zu griechen. Ja, du hast das richtig. Ich würde deine Maske trotzdem wieder aufsetzen. Trevor? Ähm, hallo? Ah ja, jetzt lässt es sich gescheit steuern. Wie gibt die Schinddeckung das gar nicht mit Kuh? Ich weiß, das ist jetzt praktisch so die Einleitung, die habe ich schon ein paar Mal gespielt. Einmal mit neu aufsetzen und so weiter. Aber gut. Ich labere hier gerade ein bisschen drüber. Tut mir leid, wenn ich wieder stelle. Ich versuche, dies in Zukunft zu vermeiden. So, ich habe ganz kurz nur was geholt hier. Oh, hallo. So. Das war gleich schon mal. Das Headshot. Down, my friend. So, so geht's. Na? Perfekt. Muss ich wechseln? Also, ich weiß nicht. Das wird mir hier unten gerade empfohlen. Irgendwie, ne? Okay, das ist ganz normal Waffenwechsel. Down, my friend. Down. Ach, ich liebe es, wenn ich einen während der Fahrt erwische und dann dieses Geräusch höre. Ab ins Auto kommt schon. Dafür brauche ich jetzt den Controller. Das funktioniert ja zum Glück. Ja, du geht es. Ja, du bist wirklich gut. Na, 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 na. Na, 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 na. Puck, wie ist das passiert? Go, 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 go. Puck. Puck. Jees, ich glaube, ich sage das. Fuck. Fuck mit meinem Kopf, die. Baut ihn! Ah, der Mann ist ein dick. Puck. Puck, Puck, Puck. Zum Glück funktioniert es relativ leicht zwischen Maus und Tastatur, also Maus und Tastatur, sowie auch den Controller jederzeit fließend zu wechseln, perfekt einfach, deswegen fahre ich und fliege ich immer mit Controller und alles andere mache ich mit Maus und Tastatur. Geh direkt, bekommst du den Tastatur, Mann! Äh, nicht schreit auf mich! Das ist ein Zug! Jesus! Ihr alle gut? Scheiße, komm mal! Schrauben die Fahrt, okay? Wir können diesen Weg nach dem Schraubchen gehen. Nein! Hey, steck zu dem Plan! Was? Steck zu dem fucking Plan! Komm mal! Ja, das Auto, glaube ich, können wir nicht mehr verwenden. Gut, GTA sicherlich, aber... Wo ist der Schraubchen? Oh, oh! Oh, das war ein glatter Herzschuss! Someone muster fucking talk! Alright, Brad's gonna be fine! We gotta get the fuck out of here! Fuck! Out of here! Oh, Jesus! Key, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... Fuckin' gonna bleed out! Fuck! Go! No! God! Simon! Ich stehe hier! Nein! 我們 Est… Zehe! Ich stehe hier! Beapo shouldn't you! Geh' auf! Schau' auf! Schau' auf! Wieviel muss ich hier noch töten? Und da ist es vorbei! Hey, du! Du! Hey! Oh Gott! Oh Gott! Bleib' zurück! Du kommst hier! Sie ist tot! Bleib' zurück! Oh Gott! Hilfe! 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 Geh'! Geh'! Michael ist angeblich gestorben. Du bist nicht immer ein guter Bürger. Er hat nicht sterben. Aber er war ein Mann! Unser Herr wurde mit zwei Themen gegründet. Also vielleicht sollten wir nicht beurteilen. Wir sind geboren von Schäden und sterben von Schäden. Und in diesem wunderschönen Tja. Er ist gestorben. Vater, Sie wissen nicht, Ihre infiniten Geschichten. Aber wir wissen, dass Sie Gott sei'n Gott sei'n mit Grand Theft Auto 5. Äh, ja. Sollte ich vielleicht irgendwelche Charaktere gerade am Anfang verwechselt haben, falls ihr euch gerade dermaßen einen Facepalm verpasst, dass ihr schon Kopfschmerzen davon habt, dann tut's mir leid. Aber Wett! Auf dem Spiel befindet sich ein Spielstand automatischer, Prolog gespeichert am Wissen die Dateien mit diesem Spielwert. Ja, wille ich! Denn Ich hab ja nix gemacht! Ich wollte ja nur GTA Online spielen. Dein Sohn, James. Er ist ein guter Kind. Er ist ein guter Kind? Ein guter Kind? Warum? Hat er den verdammten Schäden? Nein. Er sitzt auf seine Hände all day, smoking dope und jerking off, while er spielt das ganze Spiel. Wenn das unser Standard für Goodes ist, dann ist das Land verletzt. Und was für Sie? Was für mich? Hey. Ich habe nicht die Vorteile dieser Kind hat. Bei der Zeit ich hatte, ich bin in prison zwei Mal. Ich verletze, ich verletze, ich verletze, ich verletze, ich verletze, ich verletze. Und Sie verletzten sie? Es waren die Möglichkeiten, die ich hatte. Ich habe sie. Und woher diese Möglichkeiten du hast, Michael? Sie haben mich gerade hier! Ende der Straße! Mit einem großen Haus und einem unendlich Kind und ich spreche mit dir, weil niemand anderes gibt. Oh, ich lege ein Traum, Baby! Und das Traum ist das ist verdammt! Es ist verdammt! Es ist verdammt! Es ist verdammt! Es ist verdammt! ich habe es einfach gemacht. Ich denke, das ist alles, wir haben Zeit. Die gleichen Zeit, die nächste Woche? Ich denke. Ich denke, ich werde dir sagen, ich bin nicht zu sicher, dass das für mich funktioniert. Hm. Ein Gefühl der Überraschung ist ein wichtiges Teil des Prozesses. Erleicht es! Whatever du sagst, Doc. Na, der hat Probleme, Mann! Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das mit der Musik aussieht. Aber ich lasse sie einfach an. Dann müsst ihr halt leider in der ersten Folge Werbung ertragen. Dann tut es mir leid. Das ist mir leid. Achtung! Das ist mir leid. Ich bin expressabel. Und dann können das Das ist mir leid. Aber ich werde. Dann kann das doch mal sein. Ich werde. Ich werde. Dann werde. Und dann werde ich mich. Achtung! Das ist mir leid. Und dann mache ich mich. Und ich werde. Ich weiß nicht, wie du fühlst. Man, das Schiff muss hier sein, irgendwoher. Unless sie unter der Sandbüche buried es unter der Sandbüche. Eine Brilliant Lamar-Davis Produktion. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Kannst du sagen, wo Berto Beach House ist? Nein, homie, ich kann nicht. Man, warum nicht du kommst? Actually, ja. Das Haus ist da, mit den Yellowen Stairs. Ja, gut zu sehen, homie. Ich mag es. Man, du hast du dumm. Damn, warum nicht du fragst ihn, ob er der fucking Owners? Oder, ja? Doe ein Sky-Writer in der Reeds. Da ein paar Niggas hier, um zu boosten Kars, in case jemanden nicht realize. See, was du nicht realize, ist das, wir nicht boosten. Das ist legit business. Legit? Oh, ja, ich habe vergessen, huh? 401k, tax returns und all. Ja, richtig. Du bist der Punkt auf dem Lick, nigger. Ich habe meine Geld in die Hütte. Ich bin straight, fool. Ich bin cool. Du cool? Cool, was? Slinge, dope und schwinge up gang signs? Ja, richtig. Whatever, homie. Ja, homie. Das ist der Spitknot, hier. Du, Simeon, ist das bullshit. Man, get deine ass in hier. Bring deine ass, fool. Du bist immer versuchen zu bossen. Komm, komm, komm. Komm, komm. Das ist der, 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 der sich gegenseitig nigger nennen. Ja, und all das, der sich gegenseitig nigger nennen. Wir schweißen dürften jetzt, aber ihn nicht nigger nennen, ne? Komm, Vater. Welchen willst du, nigger? Oh, oh. Ich weiß nicht. Der Audi-Verschnitt sieht schon geil aus. Aber der fährt sich halt so kacke. Ich nehme den. Komm, homie. Alles klar, ja. Erstmal Caprio fahren. Jupp. Man, you gotta grind and keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah. I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, no? Oh, it's like that? For sure, homie. Um die Kamera beim Fahren auf Lamar zu gucken. Nö, brauche ich nicht. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Yeah, cool, homie. Ja, der andere driftet halt ein bisschen besser, ne? Du weißt, die gelbe Handzeige unter dem Radarzeug, die aktuelle Stufe von Franklins Spezialfähigkeiten. Ah, ja. Alles klar. Ah, das ist echt gar nicht schlecht. Das ist gar nicht verkehrt, das ist die Spezialfähigkeit. Aber ich denke mal, ich kann inzwischen schon ganz ordentlich fahren, dass ich solche Manöver häufig vorhersehen kann. Nicht immer, aber Yo, alles klar. Verrückter Typ. Oh. Yo. Alles klar. Wow. You ain't even testin' me. Ah. Ich hätte Handbremse drücken müssen. Egal. Ich hab's auch so geschafft. Halt dich gefährlich sein, die Straßenverkehrsordnung. Ja gut, wir fahren über Rot. Junge. Wo willst du überhaupt hin, Mann? Um in der Luft zu... Ja. Bisschen nach hinten drücken, damit wir auch hoch fliegen. To the left, to the left. All right. Yo. Alles klar. In die Kameraperspektive während des Fahrens zu wechseln. Ja. Das ist G-V. Wow. Digger, wo fährst du lang? Kann es sein, dass ich Radio anhab, was gar nicht geht? Wait. Stopp. Alles klar. Puh. Puh. Ein Moment zum Durchschnaufen. Und ich muss noch mal ganz kurz gucken. Was ist jetzt davon noch mal genau? Ah ja. Komm her, Frank! Wenn du sie Sachen willst... Chill doch mal! Ich muss doch jetzt Stopp sagen. Und zwar... Store, Online, Spiel, Spieleinstellungen. Denn, äh... Ja. Ich habe Angst vor... Vor der bösen, bösen GEMA. Deswegen muss ich leider Gottes hier... Speichern und starten. Wo ist es denn? Audio. Natürlich. Musik-Lautstärke. Tschüss. So. Das ist leise. Wow. Alter. Der cruist mit uns hier ein bisschen durch die Stadt. Kann schon Spaß machen. Ich habe ein bisschen Blut. Er ist eingebeult. Boah, that joke works, dawg. Oh, shit. The one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever. You explain that shit. I see you at the dealership. Explain that shit, my ass. Wow. Alles klar. So sollte ich... Wie war das mit dem... Ich kann gut fahren? Ich nehme das zurück. Alter, der hat mir einen Mittelfinger gezeigt. Eigentlich hätte ich dafür umfahren sollen. Hallo. Ja, heilige Scheiße. Haben die irgendwie keinen Bock? Ja, my car, aber echt... Scheiße. Okay, die haben Bock. Dann nutze ich die ganz... Dann nehme ich die ganz langweilige... ...und effiziente Variante. Ah, scheiße. Muss da jetzt einer kommen? Na, leck mich doch. Mal gucken, ob es hier funktioniert. Bei GDA Online. Habt ihr es ja bereits bei mir gesehen. Nutze einfach ganz billig... Hier. Die Möglichkeit, dass die anscheinend hier... Was? Um dich zu ducken. Ach, das geht mit A. Okay. Ja, so what? Ist mir egal. Hier unten kann ich mich auch so verstecken. Muhahaha. Mein Böse. Ah, der Wagen ist aber auch schon ganz schön Schrott, ey. Muss ich mir mal... Reparieren auf jeden Fall. So, drücken wir mal H. Gucken. Ja, es funktioniert alles einwandfrei. Aber andererseits... Wetter ist super, deswegen... Deswegen lassen wir es im Cabio vorhaben. Ich weiß natürlich, wo das Autohaus ist. Also chill mal da in der Basis. Ich darf das. Ich bin wer auch immer. Wer ist der Typ eigentlich? Franklin. Franklin und Lamar. Okay. Der Typ heißt Franklin. Ich bin Franklin, ich darf das. Jetzt sind auch im Autohaus... Ah, okay. Beim Simeon kann ich mir neue... Missionen abholen. Okay, nice. Du bist ein Rassist und ich mag dich nicht. Und ich werde dir nicht dieses Karten verkaufen. Ich werde nicht. Du machst meine Haut schrauben, du Neo-Nazi. Hey, du bist alle das gleiche. Du bist schuldig. Dieser Rassist hat mich insultiert. Hey, was ist das? Willst du ein Rassist? Nein, nein. Ich werde niemanden ein Rassist. Was ist das? Ich meine... N-Word. Das ist nicht cool, Mann. Ich sage das. Du bist richtig, und du musst es richtig halten. Weil dieser Mann hier... ist ein internationales Geschäftsführer. Ein Multikulturalist. Das hätte ich nicht besser gesagt haben. Aber wirklich, vielleicht ist er kein Rassist. Aber ich glaube nicht, dass er genug ist für eine Autohausz. W-w-w-w-w-w-skein. Dieser Mann hier? Him? Gib ihm ein High-Rassist. Das ist ein realer Mann. Ich denke, du bist richtig, Lamar. Du bekommst einen Tax-Rebate. Ich verstehe. Geld ist ein Problem, oder? Geld ist kein Problem. Das ist der beste Punkt, warum ist das, wenn er real oder mich und er wird all dieses verdammt, warum ist das? Schau, Mann. Ich muss gehen. Hey, Samien. Ich bin raus. Ich will dich nach Hause. Nee, nee, nee. Das will ich verfolgen, Mann. Willkommen in Los Santos. Du hast dein Auto wieder in Besitz genommen. Blablabla. Steig in dein Auto. Ist das mein Auto? Jeder spielbare Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Okay, wir haben einen Viertürer. Begibt sich zu Franklins Haus. Mal gucken. Du kannst die iFruit-App auf deinem persönlichen Smartphone oder Tablet herunterladen. Halt's Maul! Ah, um dir Franklins Fähigkeiten anzuschauen. Oh, halt, 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 halt. Fähigkeiten und Charakterärer verbessern sich mit der Zeit, wenn du verschiedene Tätigkeiten ausfährst und Hobbys und Zeitvertreiber rund um Los Santos abschließt, Fähigkeiten und haben dann auch das darauf, wie gut du kennengelernt und verbundenen Aufgaben erlegen kannst. Ah, ja. Fahren kann dann super. Fliegen kann er nicht so top. Schleichen ist okay. Wir werden den schon noch voll bekommen. Und zwar in allen Bereichen, außer in Stärke vielleicht. Aber einen netten Wagen. Ey. Was, hey, boo? Kannst du mal die verziehen, ey? Glaublich, ey. Wenn man hier in Los Santos nach Straßenverkehrsordnung fahren will, funktioniert nicht, ne? So, fahren wir rein. Und hier wohnen wir. Spächer Fahrzeuge, indem du sie in der Garage parkst. Okay. Alles klar. Ja, ich würde mir eine neue Frisur verpassen lassen, ne? Ja, ihr sagt mir das? Oh, er ist hier. Wir leben auf dem anderen und es ist nicht richtig. Schau! 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 Okay, Baby. Ich sehe dich auf dem Tag. Ah ja, ich könnte mir auch Sachen kaufen, ist klar. Wenn du in deinem Bett schläfst, wird der Spielstand gespeichert und es vergeht einige Zeit. Spächer Dein Spielstand jederzeit außerhalb einer Mission mit der Option Schnellspeichern auf dem Handy. Deine Kleidung kannst du beim Kleiderschrank nutzen. Okay. Es geht doch. Boah. Bestanden, Franklin und Lamma. Für erfüllte Missionen erhältst du Punkte basierend auf den Herausforderungen. Du kannst Missionen erneut spielen, um mehr Punkte zu erhalten. Missionsergebnisse können nicht zum Rockstar Social Club hochgeladen und gespeichert werden. Blablablablablablabla. Weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017